Hier ist schon gestartet, Plan 12, Jukassa, 8, 16 Jahre, Serien-Tonwagen, WC-Turkubik. Diese geht, wie gesagt, ab 16 Jahren und das ist der kleinen Autorisierung hier hinein, der von der verbaut ist. Am heutigen Tag, da haben wir das Schien, das ist der WC-Turkubik. Auf die APT-Turkubik, da hat man sich schon was mal gedacht, denn wenn der Vater für die Sohne oder für die Sohne braucht, dann kann er auch in der Kasse 1 mit dem gleichen Fahrzeug selber starten. Die 12.89 führt vor der 12.24 in die NAFA zu Jannix Volarek vor Mike Nöge. Dann die 12.18, das ist Eike Wiebe. Volarek hat sich da schon ein wenig absetzen. Und da gab es ein heftig Überschlag. Die rote Fahrt ist raus.